Die Löwen kämpfen weiterhin um den ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte. Im Wettballern um die Tabellenspitze ist die nächste Hürde Wetzlar. Doch auch die Hessen wollen keine Punkte liegen lassen, um ihre Mittelfeldposition zu sichern. Eine Niederlage in der Rittal-Arena könnte für die Löwen schon das Aus im Titelrennen bedeuten. Mit einem Sieg ist die Tabellenführung drin. Es wird also spannend heute ab 19.40 Uhr auf sport1.de